Die 5 besten Raumteilerregale, eine Übersicht Ich bin sehr zufrieden mit dem Vassagel Bücherregal mit 6 Fächern. Es ist sehr stabil und robust und hat ein schönes Design. Es ist auch sehr einfach zu montieren und man benötigt keine Werkzeuge. Die Fächer sind geräumig und bieten viel Platz für Bücher, Zeitschriften und andere Gegenstände. Es ist auch sehr einfach zu reinigen. Ich empfehle es jedem, der nach einem schönen und praktischen Regal sucht. Das Songmix Schuhregal ist ein sehr praktisches Produkt. Es ist ein Regalsystem mit 15 Würfeln, das man selbst zusammenstellen kann. Es ist aus hochwertigem PP-Kunststoff gefertigt und kann als Garderobe, Raumteiler oder für das Schlafzimmer, Büro oder andere Räume verwendet werden. Es ist 153 x 31 x 153 cm groß und in einem schönen weißen Farbton gehalten. Ich finde, dass es eine sehr gute Wahl ist, um meine Schuhe und andere Gegenstände zu organisieren. Es ist sehr stabil und langlebig und die Montage ist sehr einfach. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann es nur empfehlen. Ich habe mir vor kurzem das J-Rauh Lagerregal gekauft und bin sehr zufrieden damit. Es ist sehr stabil und hat fünf Ablagen, die viel Platz bieten. Es ist aus weißem Stahl und Holz gefertigt und sieht sehr modern aus. Das Regal ist ideal für mein Badezimmer, Kellerraum, Balkon, Wohnzimmer und Speisekammer. Es ist leicht zu montieren und sehr einfach zu reinigen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann es nur empfehlen. Ich habe das Riku WM 050 BG Wandregal gekauft und bin sehr zufrieden. Es ist ein schönes, kleines Hängeregal, das eine Betonoptik und Holz hat. Es ist sehr einfach zu montieren und die Größe, 85 x 48 x 16 cm, ist perfekt für meine kleine Wohnung. Ich liebe die Optik und es passt perfekt zu meinem Dekor. Es ist sehr stabil und ich kann es für Bücher, Dekorationen und andere Dinge verwenden. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann es wärmstens empfehlen. Ich habe mir vor kurzem das Bücherregal, Standregal mit 8 Ebenen, Holzregal im Baumform, CD-DVD-Regal, Regal zur Präsentation, Raumteiler für Wohnzimmer-Schlafzimmerbüro, 48 x 26 x 116 cm weiß gekauft. Es ist ein sehr schönes und modernes Regal, das mein Wohnzimmer sehr schön dekoriert. Es ist sehr stabil und ich kann viele Bücher und CDs auf den 8 Ebenen darauf stellen. Es ist auch sehr einfach zu montieren und ich kann es an jeden Ort meines Hauses verschieben. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde es jedem empfehlen, der nach einem schönen und modernen Regal sucht. Wir sehen uns im nächsten Video.